Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Digimon Story Cybersleuth mit mir, dem Lilithan 2. Wir sind immer noch ein Fall von... Oh nein, ich will kein Geld zahlen für die Herstellung. Wir sind immer noch ein Fall von Kontendiebstahl am erforschen, beziehungsweise im Moment drehen wir einfach nur um hier und zeigen unsere Zaxon-Maske. Aber ich glaube, da wird sich bald was tun. Ja, den Kampf kennen wir. Oder zumindest, wie er sich abspielt. Immer etwa gleich. Und dann greift. Wenn sich Palmon jetzt gleich noch ein Level abkriegen würde, dann... Ja, nicht ganz. Betamon hat dafür... Okay, wir kommen noch früh genug. Oho, hier haben wir gerade ein paar Leute. Was haben wir denn hier? Ja, nicht so. Das war's für heute. Das ist ein Verkauf. Das ist ein Verkauf. Du hast einen guten Tag gemacht. Du bist so gut. 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 Du kannst du einen Account dazu, du kannst du direkt auf den Weg. Du kannst du jetzt gehen? Du kannst du jetzt gehen? Ich möchte etwas über gestohlene Accounts fragen. Ich möchte das ein- - 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 das war schwach ja er ist das Virus hat er da den Vorteil aber Chance auf Verteidigung plus 10 muss ich wohl nehmen ja das ist nicht so viel Schaden wie ich gerne hätte aber jaulender Hund wird wahrscheinlich einiges anrichten können äh okay du kannst deine Crits schon erhöhen aber die Gift äh giftiger Efeu 10% Chance auf Verteidigung okay das ist nicht Flamme löschen wenn du Feuer einsetzt ähm ja das bringt mir hier nichts ich muss die Metallkanone einsetzen ich muss nicht aber es ist das Nützlichste ups ich glaube Palmon ist hier eindeutig unterlegen äh ich habe ja gedacht oh das könnte funktionieren das wird wehtun ähm wechsel äh wir haben noch äh Palmon gegen Betamon nein okay ähm Betamon als Virus und Wassertyp sollte ein bisschen die besseren Chancen haben äh wir können immer noch wir können immer noch Dorumon als äh Dorumon als Item äh Spender benutzen die Zorale ein bisschen am Leben halten während wir dann einfach mit jaulender Hund und äh wir müssen die Wassertechnik von Betamon erst noch anschauen ähm die den Gegner vernichten also das kann man hier schönes Elektroschlag bringt mir weniger obwohl es eine Chance auf Lemmon hätte aber Hydro Wasser ist bei Graulmon wahrscheinlich die beste Option ja 200 Schaden warum nicht ähm Item KP Kapseln darf zweimal angreifen dann reden wir lieber Salamon ein bisschen Kannst du schon machen tut weh ich überlebst und dann passieren solche Sachen Items wir haben jetzt so viele TP Kapseln dass das eigentlich egal ist das hat immer noch nichts mit Flammenlöschen zu tun Elektroschlag ist das würde es schon gerne einsetzen aber es bringt eigentlich zu viel das ist viel effektiver so jetzt können wir auch angreifen und jaulender Hund oh Lähmung gelähmt gelähmt ok Kometen aber kann es noch einsetzen leider bringt es dir nicht mehr viel Vitalkanone zum Finish haha auch das Champion Level hat ja nichts gegen uns auszurechten hey da hier ist das Speicher ab das ich das ich haben wollte ähm Level 11 Level 14 Perfekt Eisbogen schießen und ja nur Level Ups Level Ups Level Ups das Mephist San San Mephist 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 San San Das war's für heute. Die Degemon hat sich mit den Akkampen veröffentlicht, um den Akkampen von Yamashina-Makoto zu verabschieden. Ich bin sehr froh. Ich bin zurück in die Geschäftsführung. Die Beziehung der Beziehung ist immer noch ein Verbrechen. Ich würde mich auch an den Kimo. Hast du das, Wattoson-kun? Ich habe Crisis bekommen und bin automatisch im Büro. Ich werde mich nicht in die Zeit. Ich werde es auch noch nicht anders sein. Ich werde es noch nicht verstehen. Ich bin bereit, dass es noch nicht in die Zeit wird. Ich werde es noch nicht in die Zeit, was ich in die Zeitpunkt nicht verliebt. Ich werde es aber nicht in der Zeitpunkt zu sehen. Was ist jetzt zu erinnerlich? Was wird noch in der Kamerunen? Was wird dir einfach so schnell sein? Ich weiß nicht, was ich? Ja, Sie sind welche? Wie ist denn das? Hallo. Hier ist es noch ein paar Mal bei Yamashina. Ich glaube, aber... Sie sind? Nein, ich habe eigentlich einen Menschen gefunden. Entschuldigung, aber... ob Sie Ihre Namen? Hä? Ich bin Yamashina-Makoto. Ich bin ein wenig, aber ich bin ein Lernerf. Entschuldigung, Frau Frau. Na, Yamashina-Makoto. Ich habe eine Frage, ich gebe dir es kurz. Man ist einfach nicht, dass sie in der ersten Zeit gehauen. Warum sind Sie da? DasALLY eine... Eine erfeste Zeitgabe für mich? Ich habe nicht wirklich keine Ahnung. Ich habe eine große Herausforderung. Ich kann mich jedenfalls sagen, nicht. Was ich gehört? Ich wollte deutlich sprechen, dass Sie alle anderen zusammenfallen? Ich möchte mich nicht mehr überlegen, aber... Ah, es ist nur ein Problem, aber... Meine Frau und meine Frau sind weg. Wo ist deine Frau? Papa? Wie ist das? Ah, ich bin zurückgekommen. Das war gut. Ich möchte dich mit dir sprechen. Das ist meine Frau. Was ist das? Was ist das? Das ist meine Frau von Yamashina. Was ist das andere? Nein, ich bin nur ein, aber... Wie ist das? Was ist das, was Sie? Das ist... Das ist, dass Sie sich nicht weggekommen sind. Hast du dich in die Gefahr? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja... Ich weiß nicht. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört. Das ist das. Nein, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Aber ich mich auch schon. Ich habe nicht gehört. Ich habe nicht gehört, aber ich habe gehört. Ich mache nicht die Kompass. Ich habe noch nie Probleme mit dem Gehen wir, Papa! Ich habe mich sehr interessiert, dass ich mich sehr interessiert habe. Aber was ich möchte, wenn ich mich überrascht? Was ich überrascht? Ich habe mich sehr interessiert. Und ich habe noch eine andere Frage. Ich habe mich überrascht. Ich habe die Frage, wie ich es hier? Ich habe es gesagt, dass die Entspannung wieder nach hierher geht. Ich will es für dich, als ich es hier mit einem Dufe. Ich bin nicht mehr von der Entspannung. Ich bin nicht mehr von der Entspannung. Oh, das ist schon fast. Ich glaube, es ist ein sehr guter Anwaltender. Komm her, auf den Sofa. Wir haben es geschafft. Wir werden die Ergebnisse verabschieden. Oh! So, das war das letzte Mal. Oh... Ich habe einen Hacker-Team mit dem Account zu verabschieden. Ah, Zaxon? Die山品in ist nicht einfach, dass sie nicht einfach leben. Die Frau, die Frau und die Frau, die ich nicht. Dann, ich werde es jetzt beendet. Was sagen wir dann? Es ist der Klient und wir stellen keine Fragen, also prima, Fall gelöst! Jeej, Spassion! Seitenhieb, mit dem wahren Namen überrascht, äh, hier unten, hier mal den ältesten Speicherstand überschreiben, okay, ich habe in letzter Zeit keine Fälle angenommen, genau, also kann ich jetzt hier die Fälle eigentlich einfach so annehmen, aber, hm, es ist also gerade so geschafft. Als Hilfsdetektiv dieses Detektivbüros habe ich keine Informationen erhalten. Bitte lass mir die Informationen so schnell wie möglich zukommen. Wie dem auch sei, du bist kein Polizeibeamter, weil du in solchen Fällen einfach nichts tun solltest. Ähm, reden wir jetzt noch vom alten Fall? Machen wir weiter, ich brauche deine Hilfe bei etwas anderem. Ich habe es an schwarze Breck gehängt, du kannst es jederzeit annehmen. Komm ins Büro, wenn du bereit bist. Was, du hast nicht verstanden, was ich meinte? Hier, hier kann ich es dir nicht sagen. Das geht so, das geht so einfach nicht, weißt du? Ja, ja, aber wir sind am Digi-Level interessiert. Wenn es gilt, unsere Team stärker zu machen, das heißt zum einen, äh, Item benutzen, Speicher ab. So, wir können jetzt 25 Punkte einsetzen, was mehrere Vorteile hat. Jetzt meinten Palmon Digi-Tation zu Champion-Level. Unser erstes Champion-Level-Digimon. Ich bin jetzt so gerührt. Sagt Hallo zu Kuwagamon. Scherenarme. Sichelblatt und Antigift. Ja, die hat es halt geerbt. Aber der Hauptgrund, warum ich Kuwagamon haben wollte, vor allem am Anfang, sind die Scherenarme. Verteidigungsdurchdringender, neutralen Angriffe auf einen Gegner. Der wird noch ziemlich gut werden für uns. Ähm, die anderen, ich wollte hier noch... Mutimon, dann kann ich noch... Ah, Kameradschaft 10 bräuchte es. Aber ich kann es in eines von denen hier entwickeln. Äh... Welches? Level 7? Level 6? Normalerweise gehen wir einfach mit dem... Gehen wir mit dem Stärkeren. Ja, ja. Den anderen Käfer hätten wir noch gekannt. Das hier wird was Neues. Maschine. Die Hagurumon, dass ich dann in... Hm, ich glaube 20 in das hier. Wäre doch was. Äh... Okay, aber die anderen können wir ja noch nicht. 16 hier. Leider. Betamon wäre ja Level. Immer noch Level 14. Immer noch Level 14. Wir können es aber verschieben jetzt. Sollten jetzt Platz haben für... Wir haben Platz. Magurumon kann mitkommen. Und äh... Kann ich jetzt... Ja... Also das muss ich, glaube ich, hier machen. Hopp. Digimon. Verwalten. Äh... Betamon gegen Kuwagamon. Betamons Zeit wird schon noch kommen. So. Digilab verlassen. Dann... Dann das Büro. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann beim nächsten Mal an, was für ein Auftrag hier ausgehängt wurde. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann.